Hallo, bitte einmal waschen, schneiden, füllen, bitte. Ey, Lehrling, mach mal. Na, das war ja wohl nix, aber föhnen wir es ja wohl können. So, was machen wir denn heute? Ich hätte gern bitte die Farbe aufgefrischt. Mach mal, die Farbe ist da hinten. Mach mal, die Farbe ist da hinten. Was hast du denn da gemacht? Du bist dazu gar nichts zu gebrauchen, bist du eigentlich doof? Doof ist hier nur eine von uns. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020